Einen wunderschönen guten Tag hier auf dem YouTube-Channel Aureum Victoria. Mein Name ist Felix und heute soll es mal darum gehen, wie kann man mit PancakeSwap interagieren. Was ist PancakeSwap? Kann man auf PancakeSwap überhaupt Geld machen? Und wenn, mit welchen Risiken? Bevor wir das Video jetzt aber starten, lose ich den letzten Gewinner aus, der was die 2500 CQB gewonnen hat. Das ist die glückliche Person. Möchtest du auch ein paar hundert Dollar in Krypto haben? Dann schreib einfach unten einen Kommentar, einfach ich will Krypto oder sowas und beim nächsten Video wird wieder einer ausgelost. Ja, zuerst, wie kommen wir überhaupt zu PancakeSwap, bevor überhaupt alles beginnt? Und zwar ist PancakeSwap ja eine Yield-Farm und so etwas wie Uniswap, also die größte dezentrale Börse auf Binance-Decks und auch die erste, muss man ja mal dazu sagen. Und zwar müssen wir zuerst interagieren mit der Binance-Chain. Die Binance-Chain ist im Endeffekt die BNB-Smart-Chain, wo man viele Tokens drauf hat, ähnlich wie Ethereum, wird aber von Binance hauptsächlich kontrolliert und von 21 aktiven Validatoren. Ja, und wie verbinden wir uns überhaupt dahin? Mit welcher Software? Ich nutze persönlich Metamask. Ich verlinke euch auch mal den Artikel und mache das mal mit euch gemeinsam. Und zwar ist das super, super, super einfach. Wir gehen einfach hier runter und zwar steht hier schon Mainnet, nach diesen suchen sie wahrscheinlich, ja. Und wir gehen hier oben auf Metamask. Ich habe das Konto hier schon entsperrt. Und als nächstes, ich kopiere mir hier immer die URL zuerst, weil es mir das am einfachsten macht. Und gehe dann hier oben rechts auf diesen Knopf, beziehungsweise hier in der Mitte auf diesen Knopf und dann auf spezieller RPC-Port. Da können wir jeden hinzufügen, den wir wollen. Das Netzwerk heißt hier einfach Smart Chain, nenne ich das jetzt mal. Ihr könnt das im Grunde nennen, wie ihr wollt. Der URL-Port, da fügen wir den ein. Chain-ID ist die 56, Currency, BNB und optional können wir hier noch HTTPS, Doppelpunkt, Slash, Slash, BSC, Scan.com hinzufügen. Und das war es auch schon. Jetzt drücken wir auf Speichern. Was macht das im Endeffekt? Netzwerk, zeigt einfach euren Namen hier oben an, dass ihr immer wisst, wohin ihr müsst. Das hier ist das Entscheidende. Das ist im Endeffekt die Node, beziehungsweise das Netzwerk, mit dem wir uns verbinden. Mit der aktiven Chain, 56. Die Base ist dann natürlich nicht mehr Ethereum, sondern BNB. Und der Blockchain Explorer, beziehungsweise die URL, wo ihr unsere Transaktionen sehen könnt, wäre hier BSC-Scan.com. Komm, wo ich hier gerade bei .com bin. So, drücken wir auf Speichern und schon sind wir hier im Netzwerk und können jetzt hier oben immer wechseln zwischen Ethereum und Smart Chain. Die Adressen sind hier dieselben im Endeffekt, wo ihr Coins inschickt. Am besten bei Binance direkt, einfach Binance Smart Chain auswählen und dann könnt ihr die hier hin senden. Das ist dieselbe wie eure Ethereum-Adresse. Wie man hier sehen kann, hier ist das Ethereum, hier ist das dann BNB. So, gehen wir jetzt zurück zu dem Main Browser von mir, wo ich alles schon vorbereitet habe. Und zwar sind wir jetzt auf PancakeSwap. Ich versuche das jetzt mal grob zu erklären zuerst. Und zwar sind wir hier auf dem Hauptbildschirm. Was macht PancakeSwap im Endeffekt überhaupt interessant für uns? Und zwar PancakeSwap hat als allererstes die größte dezentrale Börse, würde ich jetzt einfach mal sagen, auf der Binance Chain. Die was schon sehr, sehr mithalten kann mit Uniswap und funktioniert im Endeffekt auch genauso. Das Schöne, wie ich finde, ist, bei Binance oder bei anderen Börsen habt ihr immer zum Beispiel BNB gegen BUSD, sage ich jetzt einfach mal. Das können wir auswählen. Dann kann man diese zwei natürlich gegeneinander traden. Das Schöne jetzt aber hier ist an dieser Börse, ihr könnt jeden Coin gegen jeden anderen traden. Das heißt, wir können hier ATM nehmen, den möchte ich gegen Cake traden und er berechnet euch im Endeffekt immer die Swap-Möglichkeiten. Und man sieht hier schon den Preis-Impact, wenn ich diesen Trade machen würde, wäre 4,51%. Also da ist aktuell nicht viel Liquidität gegeben, aber im Normalfall ist da relativ viel. Wie nutzt man jetzt diese Exchange hier und warum ist das überhaupt interessant? Und zwar zeige ich euch das mal anhand von Swamp Finance. Und zwar habe ich hier einfach nur Swamps, ein paar gerade über. Dazu kommt nochmal ein extra Video. Ich gehe mal hier in die Dokumentation. Und zwar, um neue Coins hinzuzufügen, braucht ihr immer ganz einfach den Smart Contract des Coins. Das heißt, das wäre jetzt dieser hier. Und damit tauschen wir jetzt einfach den Swamp, also einfach hier diesen Swamp zum Beispiel, gegen, was möchte ich haben? Ich möchte jetzt BNB haben. Und das kann man jetzt einfach tauschen. Drückt dann auf Swamp. Und dann seht ihr hier, ich tausche 1,0666 Swamp gegen BNB. Das hat einen Preis-Impact auf den Coin derzeit von 0,11%. 0,1 steht immer da. Und die Fee, die was ich dabei zahle, ist das. Plus nochmal, was jetzt hinzukommt hier oben rechts, die Fee von BNB, was ungefähr 20 Cent oder so sein sollten. Ich habe hier den Ledger verbunden, den was ich hier in der Hand habe. Mit dem tue ich die Transaktionen sichern und natürlich auch ausführen. Man kann das natürlich auch nur mit Metamask machen. Ich habe hier Metamask verbunden mit dem Ledger. Einfach um die Sicherheit nochmal ein bisschen zu erhöhen. Ich zeige euch dann auch mein Konto, was ich hier drauf habe. Dann versteht man das wahrscheinlich. Und man drückt hier einfach Start. Jetzt bestätigt man das hier mit dem Ledger. Ich hoffe, man kann das sehen, ob das überhaupt aufgenommen wird. So. Und damit wurde die Transaktion stattgefunden. Man kann hier drauf gehen und sieht dann hier die Spending. Auf der Binance Chain dauert das zum Glück nur 1 bis 3 Sekunden. Und man sieht hier schon, die Transaktion ist durch. Ich habe 94,80 Dollar gegen 94,04 Dollar getauscht. Also 80 Cent Gebühren, mal blöd gesagt, ist knapp. Ja, ein bisschen was. Unter 1 Prozent, glaube ich. So. Jetzt ist aber das Interessante, warum Warm Pancake Swap überhaupt interessant ist für uns. Und zwar können wir natürlich jetzt hier auch Geld verdienen. Und das funktioniert auf dieselbe Art und Weise, wie ich es gerade gemacht habe. Aber wir stellen die Liquidität zur Verfügung. bekommen dafür die Fee, die was ich gerade bezahlt habe, plus nochmal Pancakes obendrauf, wenn wir das möchten. Dafür gehen wir nämlich hier zu Farm. Und bei den Farms können wir nämlich alle Farms, beziehungsweise alle LP-Tokenpaare sehen, die was man derzeit traden kann, beziehungsweise für die, was man noch zusätzlich zu den normalen Trading-Belohnungen, was man an Fee bekommt, auch nochmal zusätzlich Farm, Entschuldigung, nicht Farm, obendrauf nochmal Cake obendrauf bekommt. Und zwar sieht man hier Cake, B&B. Das ist wahrscheinlich eins mit der sichersten Paare auf Dauer, weil die anderen Paare wechseln zum großen Teil immer. Und man hat dadurch einen großen Preis-Impact nach oben und einen Preis-Impact nach unten, wenn die praktisch gedelistet werden. Und das sollte man auf jeden Fall in Betracht ziehen. Ebenso 99 Prozent dieser Coins, die was hier gelistet sind, sind wahrscheinlich Shit-Coins, die was den nächsten Biermarkt nicht überleben. Also ganz, ganz wichtig ist hier, do your own research. Passt auf, recherchiert, in was ihr investiert. Ebenso als große Empfehlung für Anfänger, macht nicht so ein Mist hier mit Stablecoins. Also niemals gegen Stablecoins traden, wenn es um LP-Tokens auf PancakeSwap geht. Warum? Da ist das als einziges möglich, einen wirklich permanenten Verlust zu machen. Darauf komme ich später zu sprechen. Wenn ihr gegen BNB zum Beispiel ein LP-Paar macht, also ein Kombinations-Liquid-Paar, dann kann BNB jederzeit wieder steigen. Wenn die L2O zum Beispiel von 500 auf 10.000 Dollar hochgeht, wird ihr nie wieder euren Einstiegspunkt von 500 Dollar erreichen und ihr verliert Coins. BNB, der was jetzt bei 200 Dollar ist, kann aber zum Beispiel auf 50.000 auch hochgehen. Irgendwann natürlich jetzt gesponnen eine hohe Zahl. Und dann habt ihr wieder praktisch diesen Kursanstieg überholt und gleich den permanenten Loss sozusagen aus. Damit ist es kein permanenter Loss, sondern nur ein, ja wie sagt man, ein kurzweiliger Verlust, beziehungsweise kein ein nicht realisierter Verlust, also ein Buchverlust sozusagen. Ja, ich kann euch mal meine Paare zeigen, die was ich aktuell hier stacke, wo ich überzeugt bin, ja, die werden auf jeden Fall noch was werden. Dusk, die Privacy Blockchain sozusagen, Cosmos, Cosmos TV, wenn das jemandem was sagt, ist sozusagen die YouTube-Alternative von, ich sage es so schön, Binance, von der Binance Chain etc. Beziehungsweise die haben ja ihre eigene Chain, um Daten hin und her zu schicken. Finde ich interessant. Und dann habe ich hier angefangen, noch ein bisschen, ja, zu reinvestieren, sage ich mal, meine Gewinne, um nicht das Risiko nur auf Kosmos zu haben oder nur auf Dusk, sondern baue mir hier mein Portfolio sozusagen langsam, aber sicher immer weiter und weiter auf. Mein Portfolio sieht mittlerweile so aus, und zwar habe ich jetzt knapp 90.000 Dollar. Wir können hier die Seite mal aktualisieren. Das ist Yieldwatch, verlinke ich euch auch, ist kostenlos nutzbar. Ich habe hier die Pro-Version, dass ich euch das nochmal ein bisschen genauer zeigen kann. So, da hat sich die Seite aktualisiert und man kann hier sehen, ich habe jetzt hier 90.000 Dollar, über 90.000 Dollar aktuell drin und habe hier definitiv, also das hier ist noch ein bisschen buggy, ich habe hier definitiv keine 89.000 Dollar eingezahlt, sondern so knapp 75, würde ich jetzt sagen, 75, 80, aber auf jeden Fall nicht so viel. Und man kann hier auch sehen, ich hatte das eingezahlt hier, beziehungsweise man kann sogar sehen, was ich eingezahlt habe. Und zwar sieht man hier unten die Transaktionen. Ich habe hier einmal 7.000 eingezahlt, einmal 70 Dollar eingezahlt und die zweite Transaktion nochmal 31.000 eingezahlt, einmal 1.000. Okay, das stimmt auf jeden Fall nicht so ganz, beziehungsweise das stimmt, weil hier habe ich es rausgetan, das habe ich eingezahlt. Dann habe ich es einmal rausgeholt komplett, wollte es in Bifi investieren, habe es dann doch gelassen, weil ich an Cake mehr geglaubt habe und habe das dann hier wieder eingezahlt. Habe also hier, ja, was sind denn das, 32.000 eingezahlt und habe aktuell 34.000 Dollar. Das ist nur, was ich an Fee eingenommen habe und an Wertsteigerung. Plus obendrauf habe ich hier nochmal, kann man sehen, 265 Cake gemacht. Ein Cake ist, glaube ich, aktuell knapp 17 Dollar wert und ich habe die gefahren zwischen 13 und 17 Dollar. Also kann sich jeder selbst ausrechnen. War auf jeden Fall schon mal ein schöner Profit. Den habe ich dann hier reingesteckt, um zum Beispiel Bunny zu kaufen, um ein bisschen Bifi, BFI zu kaufen, um ein bisschen 4 zu kaufen und ein bisschen Bugs. Wie legt man jetzt hier so eine Farm an und was ist da das größte Risiko? Und zwar lege ich für euch mal die Farm, was nehmen wir? Wir nehmen einfach mal die, was ich mit am sichersten finde. Und zwar gibt es hier TWT, das ist der Trust Wallet Token von Binance direkt, beziehungsweise von der Handy-App und BNB direkt von Binance. Also wenn die Binance Smart Chain überlebt, dann wird definitiv die Trust Wallet erfolgreich und dann wird definitiv BNB erfolgreich. Gibt natürlich hier nicht so einen großen Prozentsatz. Wenn man das aber täglich reinvestieren würde, hätte man hier 190% pro Jahr. Gibt euch keine Bank. Wer wirklich, wirklich sicher traden will, ist im Endeffekt hiermit sehr gut beraten. Ist im Endeffekt Stablecoin gegen Stablecoin. Da werdet ihr kein Risiko haben, wieder außer wenn Binance tot ist und wenn Coinbase tot ist. Ist beides relativ unwahrscheinlich, beziehungsweise wenn ihr auf der Binance Smart Chain seid, dann glaubt ihr eh, dass Binance sozusagen überlebt. Und das USDC stirbt, das wird nicht passieren. Dafür bin ich relativ sicher 99,99%. Und wenn man das jeden Tag wieder reinvestieren würde, hätte man 24,76%. Ohne eigentlich Risiko, außer dass PancakeSwap gehackt wird oder dass der Smart Contract fehlerhaft ist. Da jetzt hier mittlerweile 3 Milliarden oder so liegen, würde ich jetzt mal behaupten, der Hacker hätte sich schon längst das Geld geklaut und der Vertrag ist tatsächlich sicher. Also, ja, wir machen aber trotzdem TWT. Warum machen wir TWT? Ich denke, dass Trust Wallet definitiv nach oben geht im Preis. Ich denke auch, dass BNB definitiv nach oben geht im Preis. Also gehen wir hier auf Exchange, beziehungsweise Liquidity. Ist vollkommen egal. Wir gehen auf Swap und ich werde, ich habe hier ein BNB. Also werde ich TWT. Und möchte, die Hälfte brauchen wir, also 0,5 tauschen. Dann habe ich 0,5 BNB, 0,5 TWT später für den Liquid Pool. Und drücke hier auf Swap, Confirm Swap und muss hier wieder den Ledger entsperren. Und dann geht es auch gleich schon weiter. Ja, was kann man dazu sagen? Es ist eigentlich so simpel und man kann so viel Geld sehr leicht machen, wenn man sich nicht ganz blöd anstellt. Man darf noch nie gierig werden. Und das zeige ich euch später auch noch. Das ist mir nämlich auch passiert. So, jetzt drücken wir hier einfach auf Swap und gehen schon zu Add Liquidity. Dann können wir hier einfach BNB wählen und unten nehmen wir TWT. Und es kann sein, dass hier eine Weile 0 steht, beziehungsweise, dass das Netzwerk gerade relativ überlastet ist. Dann dauert das mal oder euer Internet einfach schlecht ist. Dann steht hier nämlich Balance 0. Wir drücken hier auf Max oder halt die Zahl, die wir eingeben wollen. Hier unten steht bei euch nicht so Blei wahrscheinlich beim ersten Mal, sondern Approve. Das heißt, dass ihr den Vertrag freigebt, dass sozusagen ihr ein LP-Token erstellen könnt und am Netzwerk teilnehmt. Das kostet glaube ich etwa 20 Cent. Wir können ja hier mal kurz, Cake habe ich glaube ich auch schon gemacht. Wir nehmen hier mal Alice oder sowas. Oder einen Coin, den ich besitze. Dann können wir hier mal gucken. So. Okay. Habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Dann gegen TWT, das habe ich definitiv noch nicht gemacht. Und hier sieht man auch, das dauert hin und wieder mal ein ganzes Stück, bis das lädt. Weil hier oben steht jetzt eine 0 drin, trotz dass ich hier praktisch auf Max gedrückt habe. Eigentlich berechnet er das dann von selber. Und auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel 0,1 oder sowas eingebe. Also die Berechnung dauert jetzt sozusagen. Und man sieht hier, ich bin der Erste, ich könnte das jetzt hier entscheiden. Und mache hier einfach 0,01 und dann können wir hier Supply machen praktisch. Aber das wollen wir nicht. Supply solltet ihr immer aufpassen. Neue Liquid Pools anlegen ist auch sehr, sehr gefährlich, weil ihr hier den Preis dann festlegt. So machen wir aber weiter wie geplant. Und zwar BNB-TWT. Und wir legen das an, drücken jetzt Supply, nachdem wir den Vertrag praktisch bestätigt haben. Denn wir sehen, uns würde dann praktisch 0,0019% gehören des gesamten Pools. Und es ist gut, dass uns nur so wenig gehört, weil das heißt, die Gefahr, dass der Coin massiv nach unten fällt oder dass er ein Scam-Coin ist, fällt so ziemlich weg. Wir drücken hier auf Bestätigen. Drücken hier drüben OK. Bezahlen hier 0,002 Fee noch. Und dann bestätige ich das noch hier mit dem Ledger. So. Und ab jetzt können wir noch kurz warten. Und dann haben wir schon unseren ersten LP-Token. Und ihr bekommt immer LP-Tokens, wenn ihr praktisch Liquidity anlegt. Einfach ein Liquidity-Protocol-Token sozusagen. So nennt ich es zumindest. Und zwar besteht der immer aus 50,50 von einem Coin. Hier sieht man nochmal das Value. 154 Dollar. So. Und der wurde auch angelegt. Wir können hier mal aktualisieren. Dann seht ihr das auch nochmal. Ich habe gegeben Trust Wallet, BNB und habe bekommen ein Pancake LP. Der, was aus diesen zwei Coins besteht. Den findet man auch hier in der Wallet dann. Wenn man hier runter scrollt, dann wird das auch mal angelegt. Also meins sieht aus wie ein Schlachtfeld, ehrlich gesagt. Hier so viel habe ich. Und ich glaube, das hier war er. So. Wie legen wir den jetzt an? Macht es Sinn, den anzulegen? Unbedingt eigentlich die Anlegen. Also ihr verdient definitiv Fee, immer wenn jemand tradet. Aber es geht hier drum eigentlich die Farms praktisch zu betreiben. Und zwar tut Pancake sozusagen bestimmte Coin-Stuff, Coin-Paare dafür belohnen, wenn ihr die anlegt. Mit zusätzlichen Cake obendrauf, damit die mehr Liquidität bekommen. Und damit natürlich stabiler sind. So. Hier können wir einfach suchen. TWT. Und dann können wir hier Stack LP, beziehungsweise ihr werdet auch Approve hier haben. Und ich habe hier schon einmal angelegt. Nachdem man das erste Mal angelegt hat, kann man hier Stack LP machen. Geht auf Maximum. Confirm. Zahlen hier nochmal 0,002. Also haben wir ungefähr am Ende 2 Dollar Fee bezahlt. Das erste Mal. Für das zweite Mal dann 1 Dollar. Im Endeffekt, wie es jetzt bei mir war. So. Jetzt pendet es. Und dann haben wir es nämlich auch gleich in den Farms drin. Wird gleich die Meldung von Metamask kommen, dass es erfolgreich angelegt wurde. Und dann können wir es nämlich auch hier bei Yieldwatch gleich auch noch mit sehen. Und wir sehen es hier auch in den Farmen. So. Jetzt können wir hier Stack Only machen. Und wir sehen, der farmt. Und hier drüben wird dann euer Cake angezeigt. Ihr könnt hier auf Harvest gehen. Und ab da könnt ihr einfach mit dem Cake im Endeffekt machen, was ihr wollt. Es gibt hier noch die Pools. Das ist auch eine Besonderheit. Hier könnt ihr die Cakes, die was ihr erfarmt habt oder die was ihr gekauft habt, einfach nochmal stacken. Um dann nochmal praktisch die Cakes in einem Jahr zu verdoppeln. Oder sogar noch ein bisschen mehr. Wenn ihr hier jeden Tag Auto combined, beziehungsweise halt wirklich selbst combined macht. Oder was ich sehr, sehr toll finde. Ihr habt zum Beispiel 10.000 Cake und sagt, ja, so langsam reichen mir die Cake. Die sind jetzt, keine Ahnung, 50 Dollar mittlerweile wert. Aber verkaufen will ich die auch nicht, weil die sind ja eigentlich schon was wert. Beziehungsweise ich denke, die wären noch 100 Dollar wert. Dann könnt ihr hier bei den Pools neue Tokens farmen. Beziehungsweise die Tokens, die was aktuell drin sind. Ich habe hier zum Beispiel das gemacht. Wir können das auch mal, ich kann das auch mal zeigen. Hier, wir gehen hier nämlich einfach mal auf Farms. Und wir farmen hier einfach mal einen der größeren Pools ab. Hier sind zum Beispiel zwei Cake gerade drin. Und die hole ich raus. Ich hole hier zum Beispiel nur immer die großen Paare raus. Wenn man mehrere hat, dann sollte man vielleicht nicht hier vorne die benutzen, dieses Harvest All. Weil sonst hat man siebenmal Transaktionsfähes. Hier hat man dann nur einmal, farmt aber auch nur einen Pool ab. Und hier sind die Pools. Jetzt guckt man durch, welchen Coin finde ich interessant. Welcher Coin ist echt geil. Ich finde Bivi zum Beispiel eigentlich relativ geil, weil es davon sehr, sehr wenige gibt. Also tue ich hier praktisch den Vertrag einmal erstellen, beziehungsweise prüfen. Und ich hoffe mal, dass es jetzt hier auch funktioniert. So, da sich mein Metamask dabei leider jetzt verabschiedet hat und ich jetzt nicht warten will, bis sich das fertig geladen hat, nehmen wir jetzt einfach hier Dusk. Den habe ich schon approved. Drücken hier auf Plus. Und jetzt haben wir hier im Endeffekt die Bestätigung. Sagen, ich möchte die zwei Cake, die was ich gefarmt habe, nochmal reinvestieren. Und damit nochmal Geld zu machen. Und möchte damit diesen Dusk-Token farmen. Das Schöne daran ist dann wieder, man könnte die Cake praktisch jeden Tag dann in BNB tauschen. Und dann die Dusk, die was man hier rausbekommen hat, in einen Dusk-BNB-LP-Token wandeln. Und den dann wieder und wieder und wieder stacken. Und wenn man das halt lange macht, dann hat man sehr viele verschiedene Farmen. Und ist sehr, sehr, sehr sicher. Und hier bekommen wir jetzt Dusk jeden Tag raus, ca. 114% auf den Dollar-Wert der Cake. Hierbei ist auch das größte Risiko, warum ich diesen Pool, bzw. warum ich die Pools nicht unbedingt nutze. Cake ist mir aktuell so ein bisschen heiß. Ich farme ihn gerne, dabei habe ich kein Risiko, weil ich glaube definitiv, dass meine Farms, die was ich aktuell habe, den nächsten Biermarkt überleben. Die werden richtig, richtig was abbekommen. Da bin ich mir sicher, Dusk wird fallen, Kost wird fallen. Aber ich denke, die werden sich auch wieder erholen, falls es einen Biermarkt gibt. Bei Cake bin ich mir da nicht ganz so sicher. Ich kann mir vorstellen, dass der sehr, sehr, sehr viel Wert auf einer ganzen Weile praktisch verliert. Und deswegen stack ich den hier sehr ungerne aktuell, bzw. habe ich auch einfach nicht genug über, gerade in Cake, um die hier zu stacken. Und hier ist aber, wie gesagt, cool, wenn man wirklich an Cake glaubt, langfristig, dass man dann hier die Dusk und andere Coins bekommt, oder einfach hier halt Cake nochmal stacken kann für Cake, ohne ihn verkaufen zu müssen. Und das ist auch einer der Besonderheiten hier. Wenn Cake jetzt wirklich richtig, richtig steigt, wenn ihr denkt, Cake macht 50 Dollar, 100 Dollar, dann steckt diese Coins nicht in LP Tokens rein, sondern dann steckt die hier wirklich in den Pool rein. Warum, kann ich euch hier mal zeigen. Und zwar gibt es hier den Loss, und zwar bei dem Sold BNB Token. Den habe ich extra dafür gekauft, um das zu zeigen. Und zwar war das schon relativ sicher. Und zwar war die APJ sehr, sehr hoch, wie man hier sehen kann pro Jahr. Und zwar habe ich hier eingezahlt am Anfang 13,07 Dollar. Ich habe einen Gewinn gemacht von 1,44 Dollar, besitze derzeit aber nur 8,21 Dollar, obwohl ich alles reinvestiert habe bei dem Coin immer. Also im Endeffekt auto-combined gemacht habe und LP Tokens gefarmt habe. Dazu kommt aber auch nochmal ein extra Video. Was ist dabei passiert? Und zwar ist es ziemlich einfach, sobald man diese Tokens hat, also Sold BNB, geht es im Endeffekt nicht um den Dollarwert, aber fällt Sold jetzt massiv im Preis, dann bekommt man praktisch immer mehr Sold draufgepackt. Kann man jetzt wahrscheinlich hier sehen. Also ich bekomme, Sekunde, und zwar kann man das hier sehen. Ich bekomme hier eingezahlt 3,46 Sold. Sold ist einfach gefallen so stark, dass mir 0,01 WBNB entzogen wurde und getauscht wurde gegen Sold. Dann ist das weitergefallen und weitergefallen. Und das ist die ganz, ganz große Gefahr, dass man hier einen permanenten Verlust hinlegt, und zwar indem man Shitcoins im Endeffekt kauft oder gegen Dollar bzw. gegen Stablecoins traded. Ihr macht im Endeffekt immer einen Step nach oben und unten, wie bei einem Gridbot. Wenn der Preis sinkt, dann kauft ihr immer mehr Tokens und mehr Tokens und mehr Tokens und mehr Tokens. Am Ende muss der Token aber immer wieder über diese Schwelle kommen vom Anfang. Natürlich zieht sich das durch den Nachkauf, 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 wie bei DCA oder Automerge nach unten, aber nicht ins Endlose. Das heißt, der Token kann nicht immer weiter fallen. Und wenn der andere natürlich weiter nach oben macht währenddessen, ist diese Spanne immer größer. Und das ist ganz, ganz gefährlich, dass ihr dann Minus macht, indem der eine Token abgeht und der andere nicht abgeht. Das heißt, ihr braucht immer einen Coin, wo ihr sicher seid, dass der stabil zumindest bleibt im Verhältnis zu BNB. Das heißt, BNB wird über die nächsten Jahre mit Sicherheit langsame Schritte, hoffe ich zumindest, dass es langsam ist, kann auch sein, dass es wieder ein kompletter Hype ist, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass BNB über die nächsten Monate, Wochen immer weiter steigt. Das heißt, wenn BNB steigt, muss Dask auch nachziehen. Dask muss nicht so stark nachziehen, das kann man mit Cake zum Beispiel ein bisschen ausgleichen. Aber dieser Abstand wird im Endeffekt immer größer. Je mehr BNB abgeht, desto mehr verliert man BNB und geht damit in Cake rein. Das heißt, man hätte eine viel höhere Steigerung, wenn man nur in BNB gewesen wäre und nicht in Cake zum Beispiel. Hierbei gibt es aber auch genauso das Beispiel andersrum. Und zwar, wenn zum Beispiel BNB nach unten geht und der Coin geht nach oben, dann ist das wiederum auch gut, weil ihr sammelt mehr BNB. Der wird auf Dauer wieder nach oben gehen. Ihr sammelt währenddessen Vieh. Also habt ihr am Ende wieder mehr Geld, wenn er wieder nach oben geht. Das sind so die bekannten Risiken, die es gibt. Und damit hat man natürlich auch eine gewisse Abdeckung. Also ihr dürft wirklich keine Shitcoins kaufen, sonst werdet ihr auf Dauer einen richtig, richtig krassen Verlust fahren. Gerade bei Scams zum Beispiel habt ihr am Ende 10 Milliarden Scamcoins. Das bringt euch nichts, wenn ihr kein Geld habt. Habt ihr aber einen Coin, der was permanent hoch geht, dann sammelt ihr auch diesen Coin, der was praktisch weniger Wert hat. Gehen beide Coins nach oben, haltet ihr das praktisch parallel. Und ihr habt von beiden immer gleich viele Coins wie zum Start. Das heißt, das wäre das beste Bitcoin, eine Million und keine Ahnung, was ist jetzt eine Million, also mal 10, also 2000 BNB. Dann würde das sich praktisch ausgleichen und es steigt permanent. Das Schlimmste, was passieren kann, ist BNB und der Coin fällt, dann verliert ihr natürlich auch Geld. Das sind aber alles Buchverluste und Buchgewinne. Bis ihr diese Coins wirklich wieder auflöst, habt ihr im Endeffekt keinen realisierten Gewinn in einer gewissen Weise. Bekommt aber dafür, wie ich finde, hier immer eine schöne Dividende in Cake. Und gerade mit den Dividenden kann man zum Beispiel natürlich wunderschön die Bots pushen oder sowas, indem man halt bei Binance einzahlt, sich einen Teil natürlich für die Steuer zurücklassen. Unbedingt wichtig, dass ihr hier 30% oder was immer zur Seite legt, am besten in Stablecoins oder gleich aufs Konto schiebt, für die Steuer, wer deutscher ist und wer sein Glück wirklich probieren will. Hier habt ihr noch eine Lotterie, da könnt ihr für einen Cake, wenn ihr Bock habt, versuchen euer Glück und bekommt einen NFT. Hier sieht man, hier sind gerade 31.000 in dem Pod drin und eure Chance wäre 1 zu 1716. Was bedeutet besser als Lotto? Natürlich ist hier der Gewinn um einiges kleiner. Und die nächsten Tage werde ich auch noch ein Video dazu machen, wie man natürlich zur Yield Optimization kommt, wie man zur Yield Stacking kommt, wie man zur Yield Auto Combined kommt und so weiter. Um da natürlich nochmal zusätzliche Pushes zu machen. Und ich verlinke euch auch unten hier mal Yield Watch. Da könnt ihr wunderschön sehen, wie alles aussieht, was ihr an Plus gemacht habt, was ihr an Minus gemacht habt. Hier zum Beispiel habe ich aktuell ein Minus gemacht von 180 Dollar. Habe aber hier natürlich 70 Cake gewonnen, was das natürlich hinten und vorne ausgleicht. Das habe ich wieder in andere Projekte eingebunden und damit geht es weiter. Wichtig ist auch, baut euch nicht einen Pool auf. Nehmt jetzt nicht einen Pool, der was 300% gibt und packt da immer, reinvestiert da immer wieder und wieder und wieder. Tut euch aufbauen, zum Beispiel baut euch einen Pool mit von mir aus COS BNB aus, dann Dusk BNB, dann TWT BNB und so weiter und so fort. Baut euch von mir auch, wenn ihr zum Beispiel Geld für die Steuer zurücklegen wollt, baut euch einen Stablecoin Pool aus, USDC gegen BUSD oder sowas. Der bringt nicht viel Geld, ist aber definitiv sicher. So, ich hoffe die kleine Einführung hier hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Bringt mir gerne noch Vorschläge, auch Risiken, die was ich vielleicht nicht angesprochen habe. Zum Beispiel gehe ich halt einfach mal davon aus, dass die Validatoren sicher sind, muss man ja so sagen und die Binance Chain an sich. Das ist natürlich das größte Risiko, was man allgemein auf der Binance Chain hat. Aber da so viele schlaue Leute mittlerweile da drüber geguckt haben und so viele Leute auch den Code einfach von PancakeSwap durchgeguckt haben, denke ich einfach, dass es mittlerweile sicher ist. So, somit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag noch und haut rein bis zum nächsten Mal. Ciao.